du findest das leben hier nicht in der regel es ist die stürmer gehören hier einfach zum leben dazu ja offiziellen start ich dachte das ist einfach ja ich wusste dass es heute ist ich hab heute schon gestartet aber war noch nichts ich hab für die kranke stehen ach so ist es wo bist du an die nein 30 das war für anderen key aber hast du den verlost ich habe mir gestartet nein er hat gewonnen danke für follow du bist nicht deswegen hier deswegen wollte nur weil du mich sympathisch findest welche kürze suche ja gut oben spielt der ender perle bekommen die aus dem wegschmeiß weil irgendwie hat die seite keine benachrichtigung dass du bei getreten ist ganz komisch eh der den sechsten schon und wenn du hier schon willst kannst du ja auch beim anderen gewollt machen brauchst du noch ein giveaway ich kann dir glaube ich sogar auch noch ein geben von Humble Bundle. Da haben wir gedacht. Ja hast du gesehen, Sakura Ding Suits ist gerade mit Bundle, Sakura Bundle. Schlagst du Sascha. Was? Es gibt ein neues Nikopara. Es gibt hier Sakura Suits Bundle, da ist Sakura Knight 2, Sakura Knight 3, Sakura und da kannst du die andere spüren. Achso, wenn du bescheidig bist, wenn ich dann die 30-Förerung erreichen sollte und da Verlust wird und ihr wird ausgewählt und antwortet durch den Chat, dann wird er weiter von los. Tych. Ja. Also ernst Arnie. Tych. Schick Post. Hast du eigentlich Notar, der ist aufsehen oder was? Ja. Ach mit. Ach mit. Ach mit. Ach mit. Arnie, wo bist du denn wieder? Ganz ehrlich, ich bin bei Evers. Evers? Ah, bei dem. Da ist ein random Player. Gab's da irgendeinen Gamepad irgendwie? Ja. Ja. Okay, ich sag mal, ich grüße ihn gleich. Siehst du doch, links. Na, ich meine, ich spreche. Achso, VoIP geht grad nicht. VoIP ist grad deaktiviert. Ich dachte, das würde es auch nicht geben. Hä? Ich denke mal schon. Doch. Bei mir steht die ganze Connection Fail to VoIP. Ja, stell mal vor, du willst mit dir Arme spielen und du hörst von dir. Hä? Nein. Ja, das kommt nicht mehr. Ja, wahrscheinlich, weil das schon verbunden ist. Verfolgt. Option. Einstellungen. Oh, man muss nur einmal E drücken und nicht gedrückt halten, wenn man looted. Ja, danke. Gar nicht laut. Äh. Fushtock halten. Ja, wo ist die Kaste? Fushtock. Ja, wo ist die Kaste? Ja, wir machen ständig aktiv, dass wir nicht reden hören, die ganze Zeit im Hintergrund, die Leute. Geil. Iiiiih. Der hat nur drei Viewer. Iiiiih. Soll ich hingehen anspucken? Hahaha. Machen wir. Splash. Split. Glaube ich. Iiiiih. Kann man? Nee. Kann man es erschen? Kann man es erschen? Natürlich. Das ist ein MMO, Junge. Wenn du Bäume fällen kannst, kannst du mal angeln, Mann. Ist ja die 24-7 Uhr angeln. Nur um leveln. Ja, nach Hause. Ja, ja. Let's game. So hab ich beim Video nicht so viel gemacht. Ich glaub, im Video hab ich nur 10 Stunden gegangen. So, ja. Cool. Das sieht geil ist. Ja, Bruder, du musst nicht angeln. Das geht auch nicht. Weitritt zum Volp-Kanal fehlgestein. Ist doch der Krabbewehr. Hallo, hallo? Oh nein. Bitte nicht. Wo ist der Mons? Ging das jetzt? Es ging ja. Boah, ich sehe an, die Frisur ist jetzt scheiße. Willst du mein Gesicht sehen? Warte. Halt. Ja, wir machen das nicht. Wir haben die selbe Frisur. Richtig. Wir haben die selbe Frisur. Was haben wir denn? Hast du ja auch einen Pink? Ein Lila. Lila. Oh. Toll. Oh, gib's! Ahhhh. Wir haben grad Stiefigkreis gemacht. Die fünf auf einen. Ah, nur noch 30 Minuten. Das war schon reich. Henry reicht´s aus. Den grüße. Ich bin Fodoi, Shirou. Ja, ja. Okay, du. Hallo? Fodoi? Coroy, warte. Hallo? Oh, please. Er wartet einfach nicht. Du musst ihn beleidigen. Ich mach... Ich mach mal, ich mach es. Hallo? Entsich, bist du? Nur drei Viewer. Digga, dein Mic piekt soo hart im Game, ne? Echt? Jaaa, aber richtig hart. Genau deswegen meine ich, würde es diese Funktion wahrscheinlich nicht mehr geben später, weil ich stehe schon mal vor, bis in der Stadt zu über 20, das finde ich neu. Und das ist einfach so auf dem Bazar, Digga. Das ist schwierig geworden. So, come on. Das ist doch geil. Ja, ich hab 80.000 Punkte, das sind 80.000 Punkte. Team key, Junge. Nein. Echt? Digga. Boah, bekommst du 3 Cent. Ja, keine Ahnung. Ich mag, wie kompetent das Spiel ist. Warteschlankposition 2760. Erwartete Dauer 30 Minuten. Ich fahr 600er. Jo, so ne Stimmel. Auf den guten Ambassons. Ich hab Crime. Ich hab Priorität, lass mich rein. Nice. ist nicht inventory ab ist ja du bist gerade im kampf und musst neue neue tränke auswählen erst mal auf i digga